So, willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Ich bin Screen. Und wir waren gerade dabei, diese Schatztruhe zu plündern, bevor uns dieses, oder mir, diese Anzeige, die ich schon öfter erwähnt habe, die Aufnahme versaut hat. Na egal. Jetzt heilen, ja. Bitte. Bitte. Äh, Medizin. Kaufen. Ja, akzeptieren. So. Jetzt sind wir wieder vollkommen ausgestattet mit Medizin. Das da könnten wir kaufen. Machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt nämlich zur nächsten Hauptmission. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. So, wie Assassinen rekrutieren oder irgendein Geschäft ausbauen. Oh, da ist was. Eine Schneide rein. Hm, lohnt sich das? Oh, da kommen wir nicht durch. Nö, dann will ich da nicht hin. Nö, dann nicht. Zack, Spro. Immer schön zum Ausrufezeichen. Nicht Fragezeichen. Ausrufezeichen. Hier ist so ein Fraktionsgebäude. Und eine Schatztruhe. Zack. Datura-Pulver. Hey? Achso. Ah. Okay. Huh, huh, huh. Ezio stöhnt ganz schön rum. Aber das kommt davon, dass er so... äh, weil er so alt ist. Ah. B. Tü, 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 tü. Im Sonnenschein. Ach, Sonnenschein. Mondesschein. Fährt er über diesen Flusskanal? Keine Ahnung. Nach Galata. Da wollen wir aber nicht hin. So, gleich sind wir da. Da ist eine Bange. Die könnten wir theoretisch ausbauen. Oh, das machen wir auch. Obwohl dann unser Templerkenntnisstand steigt. Aber ich weiß immer noch nicht warum. Dann werdet ihr das ja gleich sehen. Guck mal, wie viel Einkommen wir bekommen. 1650. Alle 20 Minuten. Hm. Und da oben seht ihr es. Jetzt haben wir schon das halbe Siegel voll. Aber wir haben nur so wenig Geld. Warum nur? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen klauen. Hallo, was geht? Meine flinken Finger. Da ist ein Herold, den kann ich jetzt erstmal bestechen. Dann raub ich den auch aus. Oh, das sind ein paar mehr. Na egal. Was guckt ihr denn hier? Gib mir dein Geld. So, jetzt hauen wir mal lieber ab. Tja, jetzt können sie mich nicht mehr sehen. Und wo ist die Hauptaufgabe? Da. Gut. Interagieren. So. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn instand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Lekle. Nun, wie versprochen. Falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Ah, ah, ah. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng. Das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Ne. Euer Gesichtsausdruck. Hier. Ich zeig's euch. Oh, Yusuf ist ein richtiger Scherzkeks. Witzbold. Ja, sie haben nun die Kontrolle über die Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk übernommen und Yusuf ist beruhigt. Bringen sie mehr über die Bombenherstellung in Erfahrung, bevor sie gehen. Okay. So. Und mit der Werkbombank interagieren. Ey, das wollte ich nicht. Verdammt. Ah, lasst mich. Ah, ah. Ich will hier plündern. Geht doch. Kidenverwaltung. Stinkdrüsensekret. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass man damit baut. So. Hagel. Herstellen. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Hm. Kliebriger Harzblock. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu. Aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur nach. Und Hagel. Zack. Bombe testen. Das ist immer ganz spaßig. Wir könnten jetzt auch theoretisch hier einfach in die Menschenmenge werden. Aber das finde ich nicht so lustig. Doch, ich finde es eigentlich schon sehr lustig. Aber. Na ja, wir werfen mal da eine hin. Zack. So schnell wird das gemacht. Mehr hier. Ich mach's lieber so. Öh. Schnell weg hier. Zack. Da ist noch ne Bombe. Oh verdammt. War ich nicht. So und jetzt hier mal ein paar Bomben werfen. Da ist noch eine. Oh verdammt. Zack. 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 Ich bin in meine eigene Bombe reingelaufen. So machen wir hier mal ein paar Bomben. Na ja egal. So. Also wie ihr seht ist die Bombe sehr effektiv. Und dann stellen wir sie mal her. Jetzt haben wir drei Splitterbomben. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen. Und die Nase am Boden. Wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Äh nein. Ein Tagebuch? See. Der geheime Kreuzzug von Nicolo. Polo. Äh, Markos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masjaf. Es erwähnt die fünf Schlüssel zu Altair's Bibliothek. Nicolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen. Falls euch danach isst. Okay. Ja, dann werde ich jetzt mal... Bis zum Ende dieser Folge... ...nur noch so ein bisschen Mist bauen. Weil... ...ist eben so, ne? Oder wir werden hier mal das Gebäude nochmal... ...em, em, 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 em... ...das Gebäude... ...blablabla... ...ä, renovieren, genau. Oder nein, nein. Ich hab ne bessere Idee. Ne viel bessere Idee. Ach, ruhig. Hallo? Karte. Karte, Karte, Karte. Und zwar... ...gibt's hier irgendwo so ne Feste. Da ist ne Feste. Und jetzt werde ich mal gucken, ob ich es noch schaffe, eine... ...Feste zu erobern. Für uns zu gewinnen. Aber verdammt, ich laufe in die falsche Richtung. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, mal sinnvoller, als hier jetzt auch die ganze Zeit so blöd rumzulaufen. Ne? So. Zack, zack, zack. Einfach mal runterspringen. Ich glaube... ...da ist wieder so ein feiger Hauptmann. Also es gibt einmal die Hauptmänner, die gehen richtig in den Kampf. Mir ist das egal, wer da kommt. Und dann gibt's noch diese feigen Hauptmänner. Die hauen sofort ab, wenn die nur ein Anzeichen davon... ...ä, spüren... ...dass da jemand sein könnte. Also wirklich sein könnte. Du kannst irgendjemanden töten auf dem Dach. Auf einmal steht da... ...und dann ist der Hauptmann versucht zu fliehen. Ja, warum bloß? Er hat nicht mal bemerkt, dass ich ihn... ...ähm... ...gemeuchelt habe... ...und er haut schon ab. So... ...und er hat nicht mehr. Er hat nicht mehr. Okay... ...und er hat nicht mehr, sondern... Ist er das? Nein. Das ist er wahrscheinlich. Nee. Dann ist er das. Oder? Okay, da ist er. So, hier bin ich wieder und ich will das wenigstens noch schnell zu Ende bringen, diesen Blödmann da zu töten. Okay, wir sind noch nicht nah genug dran. Verdammt. So, los, los, los. Zack, so. Das haben wir jetzt wenigstens geschafft. Und jetzt können wir die Feste erobern. Schnell. Los, 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 los. Lauf, lauf, lauf. Los, Ezio. Nicht stehen bleiben. Nicht hängen bleiben. So. Ah, verdammt. Verdammt. Medizin. So. Ich bin auf irgendein Ding gesprungen, das so ein Brand war. Da, lasst mich in Ruhe. Betrefft mich doch eh nicht. Meine Güte. Nein. Wie viele habt ihr heute getötet? Ich bin nicht. So, jetzt reicht es mir. Komm, los, her hier, ey. Ich mach euch fertig. Ihr seid doch gar nicht seid ihr. In zehn Sekunden mach ich euch alle fertig. Komm her, hier. Zack. So, das hast du davon, dass du dich mit einem Assassinen anlegst. Und los, jetzt wieder hier hoch. Und hochkraxeln, hochkraxeln, hochkraxeln. Und gleich haben wir es geschafft. So. Nein. Meine Güte. Wie schwer kann es denn sein? Das frage ich euch. Wie schwer. Welche Chance gibt es, dass man da runterfällt? Fünf Prozent. Und ich bin natürlich einer der fünf, der da runterfällt. Meine Güte. Eine sehr schwere Geburt. So, jetzt noch schnell synchronisieren. Und dann zünden wir das Ding noch an. Ich wäre fast runtergesprungen. So. Und mit diesem Bild beende ich diesen Part. Und dann sehen wir uns im nächsten. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. 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 Vielen Dank.